So Fabian, das war ein verdienter Sieg, würde ich sagen. Ja, das sehe ich nicht so kämpferisch vielleicht, aber insgesamt waren wir heute körperlich, physisch überhaupt nicht in der Lage, das Spiel aufzuziehen, was wir am ersten Spieltag gezeigt haben. Wir haben, sag ich mal, einen unglücklichen Elfmeter gekriegt, aber insgesamt hatte auch Ensen gute Chancen, gute Möglichkeiten, hat ein kleines Powerplay gehabt. Haben das dann hinten raus, der gut 3-1 hat sich souverän an war, aber in meiner Meinung überhaupt nicht. Aber das ist im Abschiedskampf völlig egal, es geht, und die haben wir auf dem Konto, wir haben jetzt 2 Spiele, 6 Punkte, mehr geht nicht. Danke!